Jojo, was geht ab meine liebe Rasselbande, ich hoffe es ist alles cool bei euch. Heute mal ein kurzes Video über die nice Musik, die uns in den nächsten paar Monaten bevorsteht, weil wir hatten jetzt relativ lange eine Dürre, was Hip-Hop angeht, beziehungsweise was geile Alben angeht und jetzt wird es wieder einiges im Kommen, gar nicht so weit entfernt. Die ersten beiden dicken Alben kommen schon in drei Tagen raus und ich bin schon so heftig gehypt da drauf, weil die Single-Auskopplung davon auch so unendlich geil war. Das geht nämlich im ersten Album um Kendrick Lamar und der hat halt schon zwei Singles rausgehauen und ich habe Humble so aggressiv gefeiert, auch das Video dazu war überkiller. Es ist aus meiner Sicht bis jetzt eines der besten Videos dieses Jahres und ich denke es wird auch eines der besten Videos des Jahres bleiben, weil es einfach so dermaßen korrekt gemacht ist. Und der hat halt einen relativ neuen Flow wieder im Vergleich zu seinen alten Alben, feiere ich aber übelst. Ich gebe es mir auch, wenn ich ins Fitnessstudio gebe, weil es einfach schon gut nach vorne geht, der Track. Also ich kann allen nur empfehlen, gebt euch den Track mal. Das Album soll vermutlich am 7. April rauskommen. Das ist aber bis jetzt nur ein Gerücht, mehr ist dazu noch gar nicht wirklich bekannt. Und es wurde schon eine Tracklist veröffentlicht von ihm, die halt besagt, dass das ganze Album 14 Tracks haben wird, also wird sehr korrekt. Ich freue mich da schon richtig drauf. 14 Tracks hat man auch gut was zu hören und direkt am 7. April abchecken. Und das Problem ist, dass am selben Tag auch das neue Joey Badass Album All American Badass rauskommt. Ja, hat man halt viel zu tun an dem Tag. Ist die Sache, dass das Album auf jeden Fall auch dick werden könnte. Er hat jetzt auch schon eine Single released, beziehungsweise zwei Singles released. Auch beide wieder sehr dick. Kann man sich auf jeden Fall schon gut geben. Und da ist man auf jeden Fall auch schon gehypt, was da in dem Album kommt. Weil ich muss sagen, vorher fand ich seine Musik immer so ein bisschen zwiegespalten. Also er hat immer ein paar sehr nice Tracks. Zum Beispiel Devastated ist einer meiner absoluten Lieblings-Tracks von ihm. Hatte allerdings auch ab und zu mal Schund, was ich nicht so gefeiert habe. Wie es jetzt aber aussieht, das neue Album, das wird wohl ziemlich dick. Also könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal die beiden Singles geben, die er schon rausgehauen hat. Dann haben wir erstmal wieder eine Pause. Aber ich denke mal mit zwei Alben sind wir auch erstmal alle ganz gut bedient. Vor allen Dingen, wenn es zwei gute Alben werden, dann kann man die auch ordentlich tot hören. Dann haben wir Pause bis zum 5.5., also knapp einen Monat. Und dann ist es auch schon so weit, dass das neue Logic-Album rauskommt. Und ich bin so gehypt drauf, weil die letzten Alben von ihm waren schon so geil. Auch so oft gepumpt mit den anderen beiden Dudes, mit Jonas, David. Es ist einfach killer, dass es rappt, der richtig nach vorne geht. Wir haben uns gestern auch nochmal mit Jonas und David ein nice Video von ihm, so ein Interview gegeben von Genius, wo er seine Lyrics erklärt. Und es ist richtig, richtig interessant, was er sich bei den Lyrics gedacht hat. Ich kann euch das Interview in die Beschreibung packen. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das zu geben. Es ist übelst interessant, so wie er drauf ist. Und das Video, beziehungsweise das Interview wird auch nicht langweilig. Ja, zurück zum neuen Album. Ich sag mal so, neuer Track, beziehungsweise eine Single ist raus. Habe ich auch sehr gefeiert. Everybody heißt die gute Single. Das hat mich ein bisschen gestört, dass es leider nur eine Audio ist. Und da ist kein Musikvideo dazu bei raus. Ich weiß nicht, warum er das so gemacht hat, aber der Track ist auf jeden Fall dick. Kann ich nur empfehlen. Schade, dass kein Musikvideo dabei ist, aber müssen wir dann so akzeptieren. Kann man auch nichts gegen machen. Ja, das ist so, was in den nächsten beiden Monaten bevorsteht. Was es noch an Gerüchten gibt und worauf ich auch richtig Bock habe, ist Post Malone. Soll dieses Jahr auch ein neues Album droppen. Und ich sag mal so, ich höre ihn jetzt wirklich erst seit zwei Monaten richtig bewusst und oft. Ich habe ihn vorher nie so auf dem Radar gehabt. Ist auch eine Geheimempfehlung für alle von euch, die sich so Hip-Hop geben. Bisschen R'n'B-lastig was geben. Der Typ ist übelst chillig. Wir geben uns den zur Zeit auch richtig viel. Das alte Album mit Congratulations und Go Flex. Sind auch mittlerweile welche meiner absoluten Lieblingslieder geworden. Und bei dem Typen, das ist vor allem geil, dass er einfach so authentisch ist. Das ist einfach ein lässiger Dude, der einfach so ist, wie er ist. Der sich für keinen umstellt. Und er ist in Interviews auch einfach immer so gefühlt der simpelste Mensch. Ist immer gut drauf. Hat immer ein Grinsen im Gesicht. Ja, und er strahlt einfach gute Laune aus. Ich kann euch den nur empfehlen, den mal zu geben. Wer sich den noch nicht gegeben hat, sollt es tun. Schreibt dann von mir in die Kommentare, wie er euch gefallen hat. Generell, wie euch die Singles so gefallen haben, die jetzt schon gedroppt wurden von den Alben, die jetzt angekündigt wurden. Ja, das war so ein kurzes Update, was die Rap-Szene angeht. Weil ich fand, man saß jetzt relativ lange auf dem Trockenen, hatte nichts mehr Neues zu hören, hat den ganzen alten Stuff gehört. Jetzt kommt wieder was Neues. Ich bin richtig heiß drauf, zumal zur Sommerzeit wird es richtig geil. Für alle, die nicht Hip-Hop hören, gebt es euch einfach mal. Trotzdem ist es schon sehr chillig. Und freut euch einfach auf mein nächstes Video morgen. Da wird es wieder ein ganz anderes Thema geben, was nichts mit Hip-Hop zu tun hat. Ich bedanke mich mal wieder bei euch fürs Zuschauen. Freue mich über eure Kommentare, Antworten auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen richtig geilen Tag und würde sagen, bis zum nächsten Video.